Was ist ein Crosslinking? Ein Crosslinking ist eine Art der Verhärtung der natürlichen Hornhaut. Dabei werden die obersten Zellen der Hornhaut entfernt. Wir tropfen direkt auf der Hornhautoberfläche Vitamin B. Die Tropfen werden resorbiert in der Hornhaut und im Anschluss kommt es zu einer Beleuchtung der Hornhaut mit UV-Strahlen. Durch diese Kombination, diese beiden Parameter, erwarten wir uns eine Verhärtung des Gewebes.